Zurück im Schwimmingpool! Schwimm-pool. Schwimm-pool. Du kennst doch schon links. Wo lag da noch was? Ja, wir haben es. Otters. Natürlich alles durchsuchen. Oh, der Kaffee ist da bestimmt schon kalt. Du denkst nicht, dass ich dir einen Weg machen werde. Wichtig ist. Wie passend, dass ich den Beginn dabei hatte? Jetzt können wir nichts machen. Ah, sie springt. Wichtig ist. Wichtig ist. Wichtig ist. Wichtig ist. Komm, stopp mich, hippie. Okay, du hast es gefragt. Jump in, Mann. Cowabunga! Wichtig ist. Wieso, guck mal eine Otter im Wasser. oba OFF! Ja, das war's. Hätte ein bisschen geil animiert sein können, aber das ist cool. Ich wünsche Rachel hier. Sie würde totalen lieben hier in der Nacht sein. Ich wünsche euch alle zusammen. Wir werden. Mit all dieser Dinge zu tun, ich beginne zu denken, dass alles verletzt wird. Und ich möchte herausfinden, für Kate's sake. Sie hat fast sterben heute Morgen. Deine Macht verändert alles, Max. Especially du. Ich kann schon sagen. Du bist nicht so schickenshit mehr. Danke, Frau. Du kennst das, was ich. Du bist wie diese Kraft der Natur. Du bist wie die Glück der Natur. Kommt, meine Macht verletzt, versucht zu retten, Kate zu retten. Vielleicht bin ich einfach zurück und zurück in Zeit. Für welche Grund? Du hast nicht zurück, als du mich schiefst, Max. Ich hoffe, dass du da bist. Du bist nicht so schiefst. Aber das war's, weil du da warst, um meine Macht zu starten. Also, es ist Zeit, um zu beginnen, in Zeit zu gehen. Und wir sind natürlich verbunden, weil wir, ohne mich, du hätte nie gefunden, dein Macht, richtig? Absolut. Du machst mich fühlst, wie ich weiß, was ich mache. Und du machst mich fühlst, wie ich noch ein Grund für noch sein in Arcadia Bay. Ich hoffe, so. Stop being so goddamn humble. Du bist wie die smartest, most talented person I've ever known. Mehr als Rachel Amber? Dude, ich bin nicht ihr groupie, okay? Und ich bin sicher, dass du Blackwell bros all over dir bist. Wie Warren. Warren ist... ...nice. Haha, nice? Das bedeutet, friendzone. Nein, er ist wirklich cool. Es war so süß, wenn er mit Nathan kam. Aber ich habe ihn nicht über meine Rewind-Power. Keine Worte. Once du dich überstestest, du wirst die Welt bowen. Als du da bist mit mir. Keine Worte. Du bist so schrecklich. Ich werde niemals zu lassen. Ich bin ein Worte und ihr. Ich bin ein Worte. Es kommt nach Hause. Ich habe mich chains an. Ich ablegen noch einen Worte geschenkt. Ich denke, ich hab meine Pooldenfeierungsverallion hier. Ich versuche es ein Worte. Ich sage es ein Worte, ein Zerner. Ich werde mich eine Dreheilung gewinnen. wenn ich rauskomme. Gross! Ich fühle mich, als ob wir in der Chlorienbäde gewinnen waren. Du siehst schön, mit deinem Haar in Chemikalien. Danke. Du wirst es wissen. Schau! Wir müssen jetzt gehen. Alle verstecken war das Zeichen. Schau! 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 Wenn wir Kinder waren. Ich könnte meine Kraft benutzen. Oder nur einen Schlauchspot. Oder beide. Wo sind sie? Hallo? Hallo? Kommt der hier rein? Kommt der jetzt oder kommt der nicht? Hallo? Haben Sie jemanden da? Better nicht probieren irgendwelche Halloween Pranks nach heute. Ich bin ernst. Ich hörte etwas hier. Wer ist hier? Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe eine Flaschleuchte und eine Stücke. Hey! Wo sind sie? Hallo? Hallo? Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Komm weg. Komm weg. Komm weg. Komm weg. Komm weg. Wir schaffen. Hallo? Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Better nicht probieren irgendwelche Halloween Pranks nach heute. Ich bin ernst. Ich habe etwas gehört. Wer ist da? Ich habe... Ich habe eine Flaschleuchte und eine Stücke. Okay, wir haben uns nicht gesehen. Puh, das war knapp. Wir sind so invisibel. Lass uns weg. Noch sind die nicht weg. Ah, doch. Geschafft. Oh, ja. Warte! Schau auf! Sie kommen! Wir müssen noch einen anderen Weg raus finden. Oh, das ist Bullshit. Du kannst nicht zurück in deinem Dorf gehen. Du bist ein Blackwell-Fugitant. Crash in meinem Platz heute Nacht. Du willst, mich zu crashen, wo der Blackwell-Security-Officer lebt, damit ich sicher bin? Okay. In das Auto! Geh rein! Ich bin nicht aufwendig mit der Karre wegzufahren. Ha, 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 ha! Later, fuckers! Max, du rock! Wir sind so fucking awesome! Ha, ha! Ha, 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 ha! Yes, we so are! Awesome. Yeah, wir sind so much. smoking. Wollt? No, whee. Nichts,"... ... Ah, ich bin nix. Jolli Es macht sehr viel neben mir. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school in town you want to torch? Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since... Since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off, I'm still leaving to start a whole new life. I wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. I know that it is freezing, but I think we have to go back to Blackwell soon. The current game is very well inspired by that they both hang together. I'm afraid that there will be something that will happen. I hope it won't happen. It's just going to happen. I'm so wiped out from last night. But it was awesome. I have to ponder what kind of criminal I've become. Last night was only the tip of the iceberg. I have to admit, it was pretty cool to take over the Blackwell gym. Today the gym, tomorrow the world. We need to step it up. We still have to be careful how I use my power. I don't want to get stuck in time. Just a little bit of a chat. Just a little bit of a chat. I can't understand. Cool shirt with the chicken. I'm curious if there is something else. I have a bit of a worry about that Das nächste Unglück nur auf sich warten lässt. Ich weiß, wir können derzeit aufstehen. Oh, ich hab' kindlos. Wunderspiel verdient seine ruhigen Phasen. An die Strecke dann aber nicht das Let's Play. Ich steh' ja schon auf. Ach, Warren, lass mich da erst mal aufstehen. Das hatte ich auch nicht vor mir. Ich glaube, ich werde heute nicht marschen. Das haben wir aber leider nicht geschissen bekommen. Nichts da richtig zu verstecken. Das nennst du dekorieren? Ich bin mir da nicht so sicher. Das ist auch sehr touchy. Das sah Chloe aber noch ganz schön anders aus. Und man hat ja eben ihren Haarensatz gesehen, dass sie braune Haare hat. Sie müsste mal wieder nachfärben. Ich muss ihm auch echt mal einen Soundtrack beim Spiel besorgen. Da sind echt cool die dabei. Kann ich die News auf diesem alten Laptop aussehen? Wahrscheinlich kannst du das, ja. Oh, zumindest haben wir noch nicht identifiziert. Noch nicht. Police und Fire Departments responded in a break in a vandalism on the Blackwell Academy campus around 1.30 a.m. Police haben nicht stated, ob sie noch haben. Es gibt noch keine Suspekte. Police arrested ein Nude, man mit einem Schwert, und up all night Donuts auf Packing Path Road at approximately 9.52 p.m. The unidentified man was charged with being under the influence of energy drinks and metamphetamines. It is being held without bail pending further investigation. He is being held. Thank God she's okay. I wonder when I can visit her. Following a public suicide threat at Blackwell Academy, Kate Marshall is reportedly in a stable condition under supervision at Acadia Bay Med Center. Noble information is available at this time. Ah, this is a Blackwell Academy Muser, der immer noch an Chloe geht. Okay. Chloe is so damn cute. She's really trying to suss out what my vision means. I'm lucky David didn't bust me for acting like it was my pot. Time to put on your daily armor, Max. Oh, ask for one tomorrow. I thought Chloe might put up a pick of me instead. Can't compete with Rachel. Holy shitballs. Frank is scary. I should have let Chloe take that money. Den Typen kriegen wir auch noch. Chloe doesn't seem too upset she didn't take that money from the handicapped fund. I love this morning light. It's so peaceful. Wouldn't it be wicked if we could just hang out here forever like when we were kids? No, too easy. And there's too much shit going on now. Oh, okay, Queen of the World. I'll try not to remind you of when we were besties anymore. Rachel loved hanging out with me here. She would have understood. Forget it. Oh, man, schnell zurück. Das habe ich falsch gelesen. I love this morning light. So peaceful. Wouldn't it be wicked if we could just hang out here forever like when we were kids? Wouldn't it be naked? Ah, das können wir jetzt. Yep. I bet you and Rachel liked hanging out here too. You know it. She reminded me of you when we faked sleep so our parents wouldn't make us get up too early Saturday morning. Did you guys have a lot of sickovers? As many as possible. But it was more fun at her place. Step Commando wanted us up at the ass crack of dawn. It's cool, back here with you. The pretty cool name is Step Shit, Step Commando, so much like the father. Time to put on your daily armor, Max. Ugh, still reeks like a chlorine factory. See if you can find a suitable outfit in my fashion hall. Na, so werden wir mal sehen wie Chloe... I don't think I'll be washing today. Wie Max dann rumläuft. Okay, time for some Chloe cosplay. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second-guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Natürlich. Damn. You're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Oh man, that was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. Tja, haben wir sie mal gezeigt. I think Rachel's style is a little more subtle. Like me. Yeah, man. Punky. Ready for the mosh pit, Chaka-bra. Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast. I have to wake and bake first. I promise not that thou. Let's not rewind and find out, okay? Mara wird sie noch in Rachels Klamotten wiedererkannt. Vielleicht erkennt jemand, dass es Rachels Klamotten sind. Vielleicht ist sie aber schon gleich die Mutter. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Tja, wie gesagt. Ich befürchte, dass da noch irgendwas passiert. Die beiden haben gerade eine zu gute, zu lange Zeit. Das ist immer so. Wenn irgendwie was zu lange zu gut läuft in so einem Spiel, dann kommt doch irgendeine Scheiße um die Ecke. Ich hoffe nicht. Ich will's nicht. Aber ich bin neugierig. Ja, Curiosity kills the Headless. Auch das stimmt. Ich hoffe bei euch auch. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.